Herzlich Willkommen im Kinderhort der Bürgerhilfe. Mein Name ist Marlene Dunschi, Leitung der Einrichtung in Ingolstadt-Ringsee für nachschulische Bildung. Ich freue mich, Ihnen heute Einblicke geben zu dürfen über unsere Räumlichkeiten und die Pädagogik. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.